hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren display von minecraft beyond ja ich habe hier was vorbereitet und zwar wir sind hier am spawn und da wollte ich nur ein bisschen was bauen und deshalb sind wir auch hier mit verschiedenen sachen die wir brauchen basalt marble konkret diuret und ein bisschen holz also ich möchte hier mal anfangen und zwar brauche ich es säulen die säulen brauche ich auf jeden fall ich habe keine ahnung wie vier pflänzchen brauchen wir jetzt mal nicht da habe ich dann hier 8 24 brauchen wir dann noch das wird 32 kriegen dann brauche ich 2 und 64 nehmen jetzt regnet das mag ich an der wüste an der wüste in der wüste regnet es nicht option sound ok so hier ist und auch nicht dafür habe ich schon gesagt ich habe hier vier mega torches versteckt damit hat sich das erledigt so ich möchte hier jetzt als allererstes einen bahnhof bauen ein bahnhof der dann unsere einzelnen gebiete das heißt wenn ich hier vom spawn weg will verbindet weißen da los marble gibt es keine slabs dann machen wir die eben mit dem tisch hier ist ja egal das können wir trotzdem tun okay greifen doch etwas auf carpenters zurück dieser mod so die eckpunkte habe ich mir auch schon markiert machen wir mal so so dass es so ein bisschen nach oben geht kann noch mal gucken wie ich es da drüben habe ok dann kommt jetzt das hier dran wir müssen mal wieder ein bisschen mehr bauen deshalb werde ich jetzt auch erstmal bauen die nächsten ein zwei folgen weil wir bauen viel zu wenig und ihr seht schon das hier wird sehr hell eigentlich am ende das soll es zumindest werden reicht genau so da reicht es aber nicht darum mit der schaufeln ein bisschen noch was weg brauchen wir noch ein bisschen ja ja das sieht schon mal gut aus haben wir hier ein bildesbund sieht nicht so aus haben wir hier einen diamanten sieht auch aus das ist suboptimal dann muss man halt mal kurz sein fdb hier hat sich eigentlich wenig verändert außer dass wir glaube ich ein paar viele soziale solarzellen oben mit drauf gekommen sind 64 64 64 64 das freut mich kann man ein bisschen stahl herstellen voll slack so was müssen wir denn noch machen die enderbrille können wir weg machen heißen könnte man noch ein bisschen brutzeln die solarzellen haben übelst viel zeitgefressen oder ressourcen eigentlich muss man sagen das war schon ein bisschen krass das war schon ein bisschen krass ich habe hier ausgemacht push kann ich den sand hier noch reinhauen weil wir haben ihr glaubt gar nicht wie viel wie viel sand und zeug ich ich habe alle solarzellen ich habe oft auf meinen für die bahn angelegten gebäude habe ich auch noch übelst die solarzellen drauf geklatscht das ist schon krass so was wollte ich denn jetzt eigentlich machen ein bilderswand nehm einfach mal ein paar mit von den teilen das habe ich auch rausgefunden das ist ein viel schneller weg jetzt sich zu bewegen ach so wir müssen erst mal ein bilderswand bauen ich werde jetzt erst mal den boden mit mit denen hier füllen also mit marble und später wenn wir brauchen machen wir da halt noch was anderes drunter ok kuppel stone ist jetzt nur zum füllen und jetzt müssen wir mal gucken welchen marble wir dann nehmen und ob wir das überhaupt ja natürlich können wir das schüsseln den hier die bricks brauchen wir jetzt ein paar das ist sehr gut das ist sehr gut ja bilderswand fertig gut dann sind wir schon beim nächsten wobei ich glaube ich mache das hier noch schnell doch noch eins breiter ist immer doof wenn du weg wechselst von der schaufel eigentlich weißt du genau du brauchst sie noch aber du wechselst trotzdem weg weil du irgendwie doof bist gut so dann müssen wir jetzt hier mal gucken wo man die anbauen spitze so das ist eins ab von außen und zwar von dem außen und zwar von dem außen aber das will nicht oder der server leckt und da und da und da das wollte ich jetzt nicht unbedingt noch erweitern so jetzt müssen wir mal gerade gucken für mich gar nicht habe gar nichts gesagt sorry gar nichts gesagt auch von mir 123 würde heißen hier 123 123 ich glaube dann gehen wir auf 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 vielleicht sind wir auch ein bisschen zu dominant ich weiß noch nicht manchmal ist es doof wie die die richtung wechseln der hat es jetzt plötzlich zwischendrin sich anders entschieden aber ich glaube man kann erkennen wie ich das bauen möchte und wieder so einer der einfach nicht weiß wohin gehört ja die sind ein bisschen arg dick ich könnte auch dünne machen aber dann bräuchte ich mehr ja bei mir auch dann müsste ich aber die normalen hier machen aber dass er wahrscheinlich wirklich cool aus so was brauchen wir denn nicht wir könnten hier mal noch ein bisschen aufräumen das brauchen nämlich alles gerade nicht so jetzt lass mich überlegen wenn wir das machen brauchen wir 1 2 4 3 2 4 2 4 2 4 es passt auch nicht drei frei 123 nahm hier in der mitte 5 ja das wäre auch eine option also brauchen wir sechs säulen sechs mal boden so sechs mal decke sechs mal boden und jetzt ist die frage wie oft manchmal zwischendrin drei oder vier drei mach ist insgesamt fünf hoch ist eigentlich gut 3 x 6 sind 18 und da was gut dann muss man das ja wieder alles abreißen ist halt so geht ja schnell schnell mit dem hammer drei schläge pro säule chili so gut ja das sieht das sieht deutlich besser aus ja nicht so fit das passt dann müssen wir uns jetzt noch was überlegen für die fenster auf jeden fall was ein bisschen doof ist mit diesen bürgen dass es dafür keine window fenster gibt schade eigentlich ist aber nicht so schlimm so jetzt jizzle Untertitelung des ZDF, 2020